Es ist Wahnkampf. So langsam geht's los. Es kommen halt eben unsere politischen Irren aus ihren Löchern hervorgekrochen, von denen sonst die ganze Zeit nichts zu sehen ist. Und da wird uns Demokratie und wieder Rechtsstaatlichkeit vorgegaukelt. Wir konnten das ja erleben, wie es mit der Meinungsfreiheit in unseren Corona-Ihrzeiten bestellt war. Und jetzt mit der Klimahysterie können wir es auch wieder erleben. Und dann halt eben auch noch mit dem Krieg. Denn jeder, der verfrieden ist, wird gleich als Putin-Freund verunglimpft. Es ist unglaublich, was hier an dem Land abgeht. Einfach nur noch irre. Aber wir haben die Chance, jetzt bei dem Wahlkampf... Warte mal grad ab. Aber wir haben jetzt die Chance, beim Wahlkampf in den Dialog mit den entsprechenden anderen zu kommen. Denn ich denke, es ist mir enorm wichtig... Denn ich denke... Nee, ich denke...